Am Rande der Metropolregion Ruhr, mitten in Nordrhein-Westfalen, liegt Schwerte, unsere Stadt mit einer einzigartigen Lage. Dicht genug an den Ballungszentren der Umgebung, aber doch erholsam im Grünen, genießen wir in Schwerte die Vorteile einer modernen Metropole und die einer idyllischen Kleinstadt. Gerne bummeln wir durch unsere schöne Innenstadt, erfreuen uns an der romantischen Altstadt oder genießen die schöne Landschaft vor unserer Haustür. Schwerte liegt direkt an der Ruhr, die nicht nur unser Trinkwasser, sondern auch viele Möglichkeiten für Bewegung an der frischen Luft und Erholung liefert. Der perfekte Ausgleich für den Job, denn Schwerte ist nicht nur schön, sondern auch wirtschaftlich bestens aufgestellt. In den verschiedensten Branchen lässt sich bei uns gutes Geld verdienen. Die Metallverarbeitung war und ist für unsere Stadt wichtig. Zum Beispiel die Höschschwerter Profile GmbH, die Spezialprofile aus Stahl entwickelt und produziert. Oder die Walter-Hundhausen GmbH, die zu den führenden und modernsten Gießereien in Deutschland gehört. Für diese Unternehmen war und ist ein großer Standortvorteil die hervorragende Anbindung an das Eisenbahn- und Autobahnnetz und an die benachbarten Flughäfen. Das ist auch für die vielen anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen wichtig. Außerdem finden sie in den zehn Gewerbegebieten genug Raum und die passenden Konditionen für jede Anforderung. Zum Beispiel Unternehmen, die viel Platz brauchen, das Lebendige lieben und schnell überall in der Region sein müssen. Oder bekannte Markenprodukte, die jeder schon mal genascht hat und in die ganze Welt geliefert werden. Schon manches Unternehmen ist extra wegen der idealen Standortbedingungen nach Schwerte gekommen. Wie die RSA Cutting Systems. Ein hochmoderner Betrieb, der Säge- und Entgratmaschinen für die metallverarbeitende Industrie entwickelt und baut. Wir haben hier ein sehr gut zugeschnittenes Grundstück vorgefunden. Wir haben die Möglichkeit zu erweitern in der Zukunft. Wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung. Gleichzeitig sind wir optimal unterstützt worden von der Wirtschaftsförderung. Wir können hier auf einen Pool von qualifizierten Mitarbeitern zurückgreifen. Und zum Schluss für uns ist wichtig, wir haben viele Webshops, dass wir ein sehr gutes Glasfasernetz haben. Denn wir arbeiten ständig dran, die gesamte Stadt mit schnellem Internet zu versorgen. Inzwischen haben wir eines der am besten ausgebauten Glasfasernetze in ganz Deutschland. Darauf sind wir durchaus stolz. Rasant schnelles Internet ist für junge Start-ups besonders wichtig. Natürlich werden sie im Technologiezentrum der Stadt damit versorgt. Und nicht nur damit. Hier finden frische Geschäftsideen Menschen, Raum und Unterstützung. Beispielsweise ist das Team von Hochfarbe hier erfolgreich gestartet. Das Jungunternehmen hat sich auf hochwertige 3D-Visualisierungen spezialisiert. Wir haben gute Ansprechpartner vor Ort gefunden, sehr kompetente Ansprechpartner. Dann zusammen mit den Räumlichkeiten hier. Einfach eine sehr gute Kombination. Wir haben gleich über das Technologiezentrum einen Finanzierungspartner vermittelt bekommen. Die Sparkasseschwerte, die sich gut für Gründer begeistern können, auch innovative Ideen begleiten. Und dritter Grund letztendlich war, weil wir ein wissensbasiertes Unternehmen sind, auch durch den Bildungsstandort Schwerte mit den umliegenden Universitäten kommen wir auch gut an qualifizierte Mitarbeiter. Dabei hat Schwerte selbst schon außergewöhnliche Bildungseinrichtungen zu bieten. Zum Beispiel haben wir die Ruhr Akademie. Sie ist eines der ältesten privaten Ausbildungsinstitute für Design, Kunst und Medien in Nordrhein-Westfalen und begehrter Studienort für Kreative. Auch in Sachen Kultur ist Schwerte ganz weit vorn. Mit Angeboten, die nicht nur uns Schwerter, sondern auch die Gäste der gesamten Region begeistern. Da ist zum Beispiel die Rohrmeisterei, ein ehemaliges Pumpwerk. Sie ist Ausflugsziel, kulinarischer Treffpunkt und Bühne für viele tolle Veranstaltungen. Wir Schwerter lieben Kultur in jeder Form, die wir auch gerne in unserer schönen Innenstadt mit Nachbarn und Freunden direkt auf den Straßen feiern. Ob das Kirschblütenfest im Frühling oder das berühmte Welttheater der Straße im Spätsommer. Bei uns gibt's immer was zu erleben und Freunde zu treffen. Wir Schwerter würden sagen, bei uns stimmt die Mischung. Ob Arbeiten, Wohnen oder Leben, Schwerte ist eine Stadt zum Wohlfühlen. Komm doch auch und probier es aus! Wohlfühlen, Wohnen oder Leben, Schwerte ist eine Stadt zum Wohlfühlen.